Teo Baldo Baldo de Petrini war ein italienischer Fußballspieler und Trainer. De Petrini galt als aggressiver und laufstarker Mittelfeldspieler mit starker Physis und guten technischen Qualitäten. Spielerkarriere Teo Baldo de Petrini begann seine fußballerische Laufbahn in seiner Heimatstadt bei der SG Pro Forcelli, wo er am 31. Mai 1931 im Alter von 18 Jahren unter Josef Nagy sein Debüt in der Serie A gehabt. Nach drei Spielzeiten bei Pro Forcelli, wo er unter anderem mit Silvio Piola zusammenspielte, wurde De Petrini im Sommer 1933 von Juventus Turin, dem Serienmeister der damaligen Zeit, verpflichtet. Im Spiel der Turin wurde der Mittelfeldspieler nach dem Rücktritt von Luigi Bartolini endgültig zu einer der tragenden Säulen. De Petrini und absolvierte bis 1949 mit einer Unterbrechung bedingt durch den Zweiten Weltkrieg insgesamt 387 Partien und gewann dabei jeweils zweimal die italienische Meisterschaft und die Coppa Italia. Im Alter von 36 Jahren verließ De Petrini die Juve in Richtung des Lokalrivalen Torino-Calcico, der nach dem Flugzeugabsturz von Superga, bei dem im Mai 1949 beinahe die gesamte Profimannschaft ausgelöscht worden war, dringend erfahrene Spieler benötigte. 1951 beendete De Petrini nach insgesamt 400 Partien in Italiens höchster Spielklasse seine aktive Laufbahn bei Torino. Sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft gab De Petrini am 17. Mai 1936 unter Vittorio Pozzo beim 2 zu 2 unentschieden im Freundschaftsspiel gegen Österreich in Rom. Auch wegen der erheblichen Konkurrenz auf seiner Position im Mittelfeld brachte De Petrini bis 1946 nur auf insgesamt zwölf Länderspiele. Trainerkarriere Nach einigen Engagements bei kleineren Vereinen, darunter auch Prof. Shelley, die mittlerweile viertklassig spielten, kehrte Teobaldo De Petrini 1958 zu Juventus-Turin zurück und startete in die Saison 1958-59. als Co-Trainer des Jugoslawen-Jubisar Bronsig. Nach dessen Ablösung im November 1958 Juventus hatte unter anderem nach einem 0 zu 7 gegen den Wiener Sportclub in der Vorrunde des Europapokals der Landesmeister ausgeschieden, beerbte er Bronsig. De Petrini führte die Mannschaft um das magische Trio Giampiero Boni-Party. John Schalz und Omar Sifuri zu Rang 4 in der Serie A sowie zum dritten Coppa Italia Sieg der Vereinsgeschichte. Zur neuen Saison beerbte ihn Renato Cesarini als Juve-Trainer. Danach betreute er bis 1969 weiter unterklassige Vereine. Erfolge Als Spieler italienische Meisterschaft Coppa Italia 1937 38 1941 42 Als Trainer Coppa Italia Dr. 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 Vielen Dank.